ein liebesgedicht nennt er es von wilfried liebe als er noch esspunkt war aus dieser sammlung die letzten liebesgedichte des 20 jahrhunderts mit dir kalte straßen laufen und dabei wärme aus deinem lächeln nehmen mit dir die brücken nach außen einstürzen lassen mit dir eine nacht alles spüren ohne es getan zu haben das ist liebe wer meine werke verfolgt hat gemerkt eine zeile hat gefehlt der alte mann und die schleichende alzheimer es ging mir aber eigentlich gar nicht um dieses gedicht sondern ich habe dazu einen text geschrieben für das mädchen für das auch dieses gedicht geschrieben wurde und das mädchen hat dieses gedicht mit gutem recht mit sehr gutem recht nicht gewollt wobei ich es in meiner königlichen arroganz dann ganz offiziell allen mädchen frauen dieser welt meinetwegen sogar männer und was auch immer gewidmet habe dies haben wollen damit ich es endlich los bin dieses mädchen war eine junge türkin ich habe hier so wie ich allen menschen auf der ganzen welt und im universum immer sofort asyl anbieten wollte das schönste asyl angeboten dass man anbieten kann ganz tief in mir drin ich selbst habe kein asyl bei ihr bekommen ich passte wohl nicht in ihre welt aber in welche welt passe ich schon für hatice geschrieben von wilfried liebe und zwar am 4 märz des jahres 1980 die nacht bei hatice war wie stalingrad eiskalt ständig wurde geschossen muss sie eigentlich pausenlos von dem mann erzählen an denen sie drei jahre ihres ach so wertvollen lebens was vergeudet hat kann ein mensch auf diese weise drei jahre vergeuden ich bereue keine sekunde von meiner vergangenheit gut ich habe leicht reden bei einem so schönen bunten und und gnadenreichen leben ich habe auch manchmal in der situation die situation selbst falsch eingeschätzt dann lief halt was daneben ich hatte glück ich habe aus solchen geschichten in der regel mehr gelernt als aus den geschichten wo alles glatt lief da hatte ich auch nicht viele wo alles glatt lief aber drei jahre drei jahre lang alles daneben laufen lassen ehrlich ich kriege gänsehaut wenn ich sowas höre und ich habe es mehr als einmal gehört sie erklärte das so er sagte er würde nie heiraten und sie sagte nichts und dachte dich 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 kriege ich schon rum und just in dem moment wo sie ihn abgerichtet hatte verschwand er gleich um die ecke des hauses ist ein blumenladen und im schaufenster hängen blütenweiße brautkleider blütenweiße blütenweiße blütenweiße